Ich hoffe, Torwin kann nach Hause zurückkehren, jetzt, da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Der sieht aber echt übel aus. Ugo, Schreckensbild, der sieht wirklich aus wie so ein Schreckensbild, ey. Meine Fresse. Ich kann dem ja mal helfen, ne Runde. Auf Seiten der Orks kämpfen. Komm, helfen wir mal ne Runde. Kann ich dazu hin? Hier oben? Das würde ich machen. So. Wo sie jetzt hin? Da. Ja. Eine Runde helfen, dass die Hindernis erfolgreich verläuft. Meine Jungs werden euch alle sterben sehen. Eins. Ich werde alle Feiglinge beseitigen. Okay, ich muss ein Ding noch. Zwei. Schaut, was mit Verrätern passiert. Schaffst du es heute noch irgendwann? Meine Fresse brauche Ewigkeiten zum Nachladen. Zeit, das hier zu Ende zu bringen. Hm. Und zack. Aufgestiegen. In Richtung gelöst. Und darf ich sehen. Ist irgendwas passiert, also dass er Macht angestiegen ist? Nö. Unsere Armee ist stärker ohne diese Schwenklinge. Das war easy. Der Untötbarer. Ich darf mich hier dranhängen, was erlaubt. Ja, anscheinend nicht. Wie sind das? Es sind ja ganz schön viele. Ich werde ein paar Leute gegen einander kämpfen. Hm. Ich werde das wegmachen. Ich werde das wegmachen. Ich werde das wegmachen. Ja, komm. Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, dass sie sich immer müde stellen. Die faulen Säcke. Ich habe ein paar beim Straßenbau eingesetzt. Eine Leiche. In zehn Stunden fingen die an, mir umzufallen. Hm. 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 Was war das für ein Geräusch? Steh da nicht einfach nur rum. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. Ich werde das wegmachen. Sie waren alle so ein tapfere Krieger. Keiner war einer Werker. Kein Krieger. Was der Helmer sie war. Oh. Ich habe keine Ergengeschossen mehr, na super. Irgendwie komme ich hier nicht sinnvoll ran, von der Seite an die Neue, nicht da hoch, da 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 Die Krieger verdienen mehr Anerkennung, stimmt. Es sind immer die Berserker, die den Grokriegen. Das war natürlich Glück jetzt. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Ich will den Ort gegeneinander kämpfen. Ich könnte jetzt da rüberloggen, aber da habe ich keine Lust. Ich habe hier draußen schon länger überlebt als alle anderen, und wurde immer noch nicht befördert. Dann machen wir was anderes. Oh, da ist auch noch was, was wir mitnehmen können. Zerstörtes Spinnen-Ei. Ich spreche mit dem Mund von Sauron, dem zweiten dunklen Herrscher von Mittelerde. Unser Wille ist sein Wille. Mordor ist unser, und wir haben es für uns erobert. Bringt diese Nachricht von Sauron zur Spinnenkönigin Kankra, der letzten Tochter von Ungoliant. Deine Kinder dürfen nicht in Mordor schlüpfen. Deine Kinder werden sich nicht länger an den Morgai-Fliegen laben. Du wirst dich aus diesem Reich zurückziehen und deine Nester in einem Ungoliant aufgeben. Du hast dich an unserer Großzügigkeit fett gefressen. Wir haben dich wie ein Haustier gemästet und dir erlaubt, ungestört einer Wege zu gehen. Das ist jetzt vorbei. Unser Bündnis von einst ist beendet. Unser Wille ist unabwendbar. Das ist unser letztes Wort. Ist schon ein bisschen ekelhaft hier das Ding. Ich gehe mit ihm ein bisschen ekelhaft. Ich gehe mit ihm an. Ich gehe mit ihm an. Alle Lebewesen an diesem Ort scheinen sich gegenseitig abzuschlachten. Und jedes dieser Lebewesen wird lernen, uns vor allem anderen zu fürchten. Rekrutierung ist jetzt verfügbar. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Hab ich da gerade etwas gehört? Oh nein. Oh nein, nicht durchs Feuer. Was war das? Nein. Wirft es ihn ins Feuer. So ein Quatsch. Das wollte ich nicht. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das IT auch noch mit. Hopp. Das ist ein Quatsch. Das ist ein Quatsch. So. Das ist ein Quatsch. Das Heilmittel. Das ist ein Quatsch. So. Dann helfen wir doch mal, würde ich sagen. Dann sind wir gleich. Dann sind wir gleich. Es geht um das Wohl der Königin. Ein Angriff auf das Lager wäre unklug. Das ist ein Quatsch. 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 Der Hammer hat sich bestimmt freiwillig vom Grabwandler töten lassen. Ich denke, das ist alles Teil des Plans des dunklen Herrschers. Und put 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 In vielen Jahren werden wir Teil der Legenden sein Denn wir sind der Beginn eines neuen Zeitalters der Uruk Das war knapp Die Hände schwitzen schon Warum kommt ihr nicht einfach raus? Wer sagt, dass ihr überhaupt da ist? Ich sollte weniger trinken Mein Verstand spielt mir Streiche Hab ich da gerade etwas gehört? Nein, nicht auf den Aus dir mache ich Koteletts und Steaks Kannst mir nicht wehtun Das leuchtet zwar näher im Alarm Aber naja Dann habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll Das sind so viele auf dem Haufen Die schlagen ja auch Die schlagen ja vor allem auch Alarm Wenn ich tut Wenn man gar nichts macht, großartig Haltet eure Augen offen Ihr entkommenen Sklaven werden bei ihren Angriffen immer überwütiger Sie können uns jeden Moment überfallen Ich hasse die Menschen und ihre dummen Monumente für dumme Körner Ich versuche den Schmied da drüben So Meine Augen sind die deinen Hopp Ich hör euch ein Ich versuche den Schmied Ich versuche den Schmied Schmied Du hast dich Ich versuche den Schmied Das war's. Sehr gut. Ist er gestorben im Kampf durch einen von meinen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab mich auch schon zu Tode gelangweilt. Den Kachago befreien, würde ich sagen. Hopp. Hör auf dich zu bewegen. Hopp. So. So. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. Der frisst jetzt mal die Orks auf dem rumliegen. Mal die ganzen Schützen hier umdrehen. Die Jäger lassen den Rest von uns mal wieder schlecht aussehen. Hopp. 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 So. So. Ich auch noch. Was hältst du von unserem neuen Einführer? Aus dem werde ich nicht ganz schlau. Aber er sieht zäher aus als der alte. Richtig sind gesprungen. Darunter wollte ich nicht. Und hier hoch. Wollt sogar noch deutlich höher. Schönerrei. Guck genau zu mir. Hab unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Das ist auch geil. Wie viel blinder. Ja. Wie viele Kriegern die Angst in die Augen kriegt, wenn sie diese alten Ruinen sehen. Dort passieren Dinge. Bleiben besser weg da. Die größte Versorgung. Die größte Versorgung. Aber die größte Versorgung. Der nächste Versorgung. Die größte Versorgung. Die größte Versorgung. Die größte Versorgung. Wenn sie die größte Versorgung. Und dann gibt sie die größte Versorgung. Mit der Besuchung. Sie sogar den Besuchung. Wir kannten diese Botschaft. Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Tharion. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Treff die Vorbereitung. Ja. Jeder Moment ist kostbar. Der will nicht etwa fremd gehen. Der nervt ja. Die Dinge so ein bisschen. Thariels Stärke zeigt sich darin, wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. Ein Sklave ist geflogen. Hnapp ihn euch und lasst ihn büßen. Was macht er jetzt wieder als nächstes? Der ist okay. Dann können wir den ganz rechts nehmen. Das Besorwohnwert und Kampftodesstöße. Wachen und Ruhen. Und eine Schwerdruhne. Duh 7. Ich habe schon Sto 21 davon. So, wenn wir da jetzt hinten zogen. Da. Zuck, 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 zuck. Oh. Hallo, Kumpel. Hm. Der Bewachter gerade jemanden hier im Freien kann. Cool. Komm. Ach. 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 Schwarz und Dreckiges Schwarz und Dreckiges Ach, muss das nicht bequem machen So Ne, draußen würde ich das eigentlich nicht machen Ich geh da Jetzt zieht der, und da hab ich ein gebrannt, und bleib mich da, alles klar Na, soweit Terrorisiere den Liebling, verberge dich, und warte bis er erscheint Ist also eine Schleichmission Dieser Uruk bedeutet dem Häuptling etwas Töte ihn und warte auf unseren Feind Hm Wer bist du denn? Kampf-Totor schluss und Schleuch-Totor schluss macht 14 Ich glaube, wenn du das zu 14 macht hast, hast du aber echt ziemlich viele Schwachstellen.